Danke. Sozialamt ist ein Stock der Tiefe. Lassen Sie mal, der gehört zu mir. Willst du streiten mit Fabio? Bitte. Bitte. Bisschen fein. Ja? Ich mach das nicht zum ersten Mal. Kultiker Führer schon. Ich staune. Auf ner Tupperparty gewonnen? Ihr Meissner, wenn du dich traust. Der Therapeutin würde sagen, versteckte Bewunderung. Arschloch. Wer sind Sie? Ich bin hier sowas wie der letzte Bulle.